So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go und eine besondere Folge zu Shaman, denn wir können endlich unser Shaman Shaman abholen. Ich habe dazu jetzt kein Vor-Ort-Video gemacht, jedes Mal, das war mir zu kompliziert, muss ich ehrlich sagen. Es waren so viele Tickets in letzter Zeit da, du bist jedes Mal wieder rausgerannt wegen diesem Ticket, wegen dieser Forschung, wegen dem Ding und das mit Shaman war ja jetzt was, was länger gelaufen ist. Ich verliere komplett den Überblick über alles, also habe ich das einfach nur immer gescreenshottet, festgehalten und hole den Rest jetzt live ab. Ist für mich auf jeden Fall einfacher gewesen, das dann eben zu zeigen. Erstmal Grüße gehen raus an die Genaya. Ich habe meinen Buddy nämlich jetzt hier wieder einfach Genaya benannt, also einen Genaya-Buddy an mich gelegt, denn das Ticket kam von Genaya. Danke Genaya dafür. Das gibt es ja glaube ich immer noch im Shop, oder? Hier. Nee, gibt es nicht. Gut, dann vergesst die letzte Aussage, die ist gestrichen. Wir haben auf jeden Fall das Ticket von der Genaya bekommen für die Meisterwerk-Forschung mit Shiny Shaman. Jetzt muss ich aber erstmal hier rein und muss euch die einzelnen Seiten zeigen. Was war denn jetzt überhaupt zu machen? Also wer die Forschung nicht gekauft hat mit Ticket für viel Geld, der weiß ja gar nicht, was die Aufgaben waren. Der weiß ja gar nicht, was es da so gab. Sieben Seiten waren es. Dankbarkeitsschimmer. Fange 492 Pokémon aus der Kando-Region. 492 aus der Joto-Region. 492 aus der Höhen-Region. 492 aus der Sino-Region. Da gibt es immer 492 EP. Und dann gab es Bonbons für die Yalga Palkia Giratina. Die waren zu dem Zeitpunkt auch noch als Schatten bei mir angezeigt, denn das war auch noch vor der Go-Tour Sino, dass ich das hatte. Und es hat sich auf jeden Fall alles so überschnitten. Ich weiß jetzt nicht genau, von wann das war. Es ist auf jeden Fall ewig her. Wenn ihr das alles gemacht habt, könnt ihr ja alles abholen. Da ist ja auch keine Pokémon-Belohnung dabei. Und seid auf Seite 2 gelandet. Fange 20 Pokémon vom Typ Pflanze. Fange 7 Tage hintereinander ein Pokémon. Fange an 21 verschiedenen Tagen ein Pokémon. Hat also fast einen ganzen Monat schon mal gedauert, die zweite Seite, weil man einfach 21 Tage lang ein Pokémon. fangen sollte. Da gab es drei Pokémon-Begegnungen, die werde ich euch gleich zeigen. Plus Rauch, plus Bälle, plus Sonderbonbon XL. Es gab ein Burmi, ein grünes Burmi. Drei-Sternig sogar hier, 9er-Dritter. Was ist heute? 22. Vierter. Alter Schweizer, das ist auf jeden Fall also schon ewig her. Aber ich habe es alles festgehalten. Dann gab es nochmal Burmi mit dem Sandumhang. Auch zwei Sterne, Mining, 9er-Dritter. Und einmal hier, 21. Dritter. Das war das dritte mit 21 Tagen. Das kam da raus. Das ist das mit dem Müllumhang, oder? Trash, Trash, Sand, Gras. Das auch dabei. Das erste war das Beste. Dann bist du auf die nächste Seite gekommen und hast gedacht, hä, habe ich das nicht gerade gemacht? Aber nein, das andere war ja Pflanze. 20 Pflanzen-Pokémon fangen. Auf Seite 3 von 7 heißt es dann, fange 20 Pokémon vom Typ Flug. Dann auch wieder 7 Tage ineinander ein Pokémon und 21 verschiedene Tage mal ein Pokémon fangen. Wieder Rauch, wieder Bälle, wieder Sonder, XL, Bonbon und wieder 3 Begegnungen mit... Ich weiß nicht, wieso das nicht lädt, aber ich habe es hier trotzdem nochmal drin. Wieder mit einem Burmi, wieder ein grünes mit 3 Sternen am 10. Vierten. Dann wieder ein sandiges mit 2 Sternen und ein trashiges mit 3 Sternen 10. Vierter. 10. Vierter, heute ist der 22. Vierter, hat ein bisschen gedauert, sind wir weiter auf die nächste Seite gekommen. Lande 40 gute Curveball-Würfe, lande 40 großartige Curveball-Würfe und lande 40 fabelhafte Curveball-Würfe. Fabelhafte empfehle ich immer bei 5er-Legendären-Raid-Bossen, Kreiseinstellen, warten bis der angreift, draufschießen. Wenn du 20 Bälle hast, kannst du gleich 20 fabelhafte Würfe an diesem einen Pokémon machen. Gemütlich, entspannt, auf dem Nacken, genau. Dann gab es hierfür Sticker. Also es müssten Sticker sein, es sieht gerade hässlich aus, ich kann es gar nicht identifizieren, was das sein soll. Es sieht aus wie Sticker. Und es gab 3 Module, ein normales Log-Modul, ein Moos-Modul und ein... Ist das ein Gletscher-Modul? Konnte man weiter auf die nächste Seite. 5 von 7, verschicke 12 Geschenke mit einem Sticker. Nervig, aber ist okay. Verwende 12 Bären beim Fangen von Pokémon. Könnt ihr auch bei Legendären, Goldenen drauf oder Seeday immer mal was Gelbes drauf, mehr Bonbons und so weiter. Verdiene an 12 verschiedenen Tagen ein Herz mit deinem Kumpel. Ich habe dann jeden Tag mit Buddy einmal angedrückt, Goldene Bäre drauf als schneller Snack und dann war der Buddy wieder egal. Also hat auch wieder 12 Tage gedauert. Da gab es 3 Rocket-Radare, wo ihr die Rocket-Bosse herausfordern könnt, ein Knurs und 3 Sinosteine plus 3 Pokémon-Begegnungen. Die 3 Pokémon-Begegnungen waren Bidiza, 2 Sterne, 21. Vierter. Bidiza, 3 Sterne, 21. Vierter. Und nochmal Bidiza, also 3 Mal Bidiza war hier drin. Dann bist du wieder auf die nächste Seite gekommen und das ist auch die aktuelle Seite, die ich jetzt habe, wo es auch Shaman gibt. 6 von 7. Besiege einen Team-Go-Rocket-Boss 3 Mal. Dafür habt ihr die 3 Rocket-Radare bekommen, damit ihr gleich 3 Mal kämpfen könnt. Es gibt einen Sonderbonbon. Dann war noch dabei, Level 40 erreichen, das war automatisch schon fertig und die Sino-Gold-Medaille bekommen. War auch schon automatisch fertig. Da gehe ich jetzt rüber ins Spiel direkt, gehe auf meine Forschung und ihr seht, jetzt ist also alles 3 fertig. Die Sonderbonbons werde ich wieder in Zarude reinpressen und jetzt holen wir die EP ab. Wir holen den Staub ab und wir nehmen die Begegnung mit Shiny Shaman hin. Ich hoffe, das funktioniert auch. Irgendwas haben die ja mit dem AR-Modus gemacht. Ah, zum Glück, es funktioniert. Also ich habe schon Angst gehabt, letztens wollte ich ein Foto von Buddy machen. Das ging einfach nicht. Also ein Schnappschuss am Seeday letztens war unmöglich. Ging nicht. Keiner wusste warum. Ich musste ein anderes Handy nehmen. Ich wusste jetzt nicht, auf welchem das war. Es kommt hier um die Ecke gedackelt. Das ist ja wie beim Go-Face damals Berlin. War das Berlin? Das müsste Berlin gewesen sein. Da steht er jetzt so. Da schimmert er auch. Er schimmert. Wie viel IV hat der? Wie viel erreicht der? Er ist auf jeden Fall sehr minzig. Also das Normale seht ihr ja hier im Bild. Das ist so eher grün. Und das ist eher so Minzfarben. So, wir kurven jetzt mal kurz. Werfen drauf. Das dürfte dann auch wieder beim dritten Ball drin sein. Obwohl ist das Shiny vielleicht sogar beim ersten drin. Es kann auf jeden Fall nicht fliehen. Aber ihr könnt auch keine Bären nehmen. Sonst hätte ich jedem gesagt, hau eine Silberne drauf. Damit du die meisten Bonbons rausziehen kannst. Aber das geht nicht. So, du bleib drin hier, du. Und dann wieder den nächsten Ball drauf. Der dritte. Und jetzt müsste es auch drin sein. Guckt euch die schöne Umgebung an. Heute sollen ja eigentlich auch die Kando Spawns. Das Kando Event. Das geheime Kando Event. Mit erlebe deine Welt anders. Starten alles. Bis jetzt einfach nichts bekannt. Nichts passiert. Wir gehen hier drauf. Haben das Shiny gefangen. 1384. Wir könnten die Form ändern. Aber ich sage es euch, wie es ist. Ich finde diese Form, dieses Meerschweinchen, finde ich auf jeden Fall schöner. Besser als diese Zenitform, Landform, wie auch immer. Ne, das ist die Landform. Das andere ist die Zenitform. Wir müssen es noch bewerten. Ui. Drei Sterne. 15 Angriff. 13 Verteidigung. 12 KP. Das ist auf jeden Fall cool. Bei Borki, seinem Ticket für Zerude, hatte ich auch schon Glück. Auch ein 3-Sterniges mit 15 Angriff. Das muss kein Hunderter sein. Wenn ich jetzt bei solchen besonderen Tickets, bei besonderen Gaben und Forschungen, eins kriege mit 15 Angriff, ist das für mich ein absolutes Highlight. Auf dem Main damals war immer alles schlecht, mega schlecht, quer B. Aber das Teil ist cool. Das wird auf 3.652 kommen. Wird es wahrscheinlich aber nie kommen. Und jetzt muss ich natürlich, warte mal, den Rest aber auch noch abholen. Nämlich die letzte Seite. Was haben wir da noch drin? Nochmal 10 Bonbons. 10 Bonbons. 10 Bonbons. Nochmal Staub und nochmal EP. Und dann sind wir damit durch. Jetzt ist nur noch weltvoller Wunder. 5 von 5 übrig. Aber da geht ja gerade nichts weiter. Hier ist auch nichts drin. Achso, doch. Durch die Umweltwoche muss ich hier Rodomur von Unratütok sammeln. Und ansonsten bin ich gerade up to date. Das Teil muss ich jetzt auch Genaya nennen. Jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz. Es ist jetzt peinlich. Moment. Genaya 8.6. Ich kann mir die Zahl einfach nicht merken. Und dieses Schämen ist jetzt. Mann. Genaya 8.6. Das trägt ab jetzt immer den Namen Genaya 8.6. Weil es aus dem Ticket von Genaya kam. Und deswegen. Eigentlich müsste ich es einfach nur Jenna nennen. Oder Jenna Nienchen. Damit ihr wisst, das ist ein kleiner Wien Kaninchen. Passt Jenna Nienchen eigentlich hin? Jenna. Das Jenna Nienchen. Sieht irgendwie doof aus, oder? So, die Genaya kann bestimmt. Soll das jetzt Genaya 8.6 heißen oder Gena Nienchen? Dann wisst ihr Bescheid. Wir können aber, was wir machen können, ist nochmal hier reingucken zu. Wie viel das andere hatte. 13.54 hatte das andere. Das hatte nur zwei Sterne. Das war richtig schlecht. 8.11.2023. Aber jetzt das Jenna Nienchen hinterher. Das ist ein Highlight für mich. Das ist cool. Drei Sterne. Habt ihr euer Shiny Shaman schon abgeholt? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie gut war eures? Wie findet ihr das Shiny so? Das ist normal. Das ist anders. Das ist normal. Da könnte man eigentlich hier bei dem jetzt die Form ändern. Aber eigentlich. Jetzt ist es bei dem die Form ändern. Weil das andere ist so ein guter Kampfangreifer oder so. War da nicht was? Ach ne. Das war wieder Keldie. Oder das war auch wieder was anderes. War das Pferd? Ich lasse das jetzt so wie es ist. Was würdet ihr damit machen? Schreibt es rein. Ich bin einfach gerade... Ich freue mich. So. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Das Jenna Nienchen. Ey komm. Komm hier. Jenna Nienchen. Wir werden es jetzt gleich als Buddy machen. Wie das Shiny aussieht weiß ja jeder. Aber die meisten interessiert natürlich. Welche Werte es hat. Also machen wir das Jenna Nienchen jetzt als Buddy. Habanero Lime und Jenna Nienchen. So. Fertig. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Schreibt rein. Wie gut war eures. Oder wenn ihr eures abgeholt habt. Kehrt zum Video zurück. Und schreibt rein. Mach's Plus weg. Genau. Ne. Schreibt rein. Wie halt bei euch. Hier träg ich jetzt Plus. Digga. Minus. So. Minus Menschen. Die sagen immer. Mach Plus weg. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.